Operator, neue Nachrichten sind angekommen. Nein, ich habe sie nicht gelesen. Operator, Odis fragt sich, woran denkst du gerade? Operator, bist du wach? Odis hat wichtige Fragen, wie, was ist Feuer und wieso brennt es? Ich habe nachgedacht, Operator. Ich dachte, das willst du vielleicht wissen. Odis empfiehlt, dass du deine Browser-Chronik leerst, Operator.